Willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen. Nur auf Lotto.de Willkommen zur Live-Ziehung der Lottozahlen. Heute am 7.07.2021. 23 Millionen liegen hier parat. Ist das was? Und wir legen direkt los. Ich drücke die Daumen und sage Ziehung frei. Vieles ist neu. Einiges ist geblieben. Ich würde mal sagen, das Wichtigste, nämlich unsere Ziehungsmaschinen, die Kugeln. Wir sind auch noch da. Also alles gut und das anwesende Ziehungsteam hat alles ordnungsgemäß kontrolliert. Und wir kommen zu unserer ersten Kugel. Und das ist die Acht. Ja, also wir haben einige Korrekturen noch vorgenommen und jetzt ist das Studio im neuen Glanz. 10 Kameras sind hier installiert, dass Sie alles optimal und transparent beobachten können. Kugel Nummer 2 ist die 43. Ja, und 23 Millionen sind heute uns hier zu ergattern. Das ist was für den Mittwoch. Nicht schlecht. Also am Samstag hat niemand eine 6er pro Superzahl bekommen. So kommen wir zu diesem tollen Checkbook. Kugel Nummer 3 ist die 31. Ja, und ich hoffe mal sehr, dass Sie ein Extra-Freuzchen heute im Spiel 77 gemacht haben. Dort haben wir nämlich heute unsere Sonderauslosung. Heute und am Samstag lohnt sich also Kugel Nummer 4 ist die 29. Es gibt extra was zu gewinnen. 77 mal 50.000 Euro und 777 mal 1.000 Euro. Wie gesagt, wenn Sie ein richtiges Einzel an der richtigen Stelle gemacht haben, Kugel Nummer 5 ist die 23. Ja, und ob Sie unseren großen Checkbook gewonnen haben oder was im Spiel 77, das erfahren Sie wie immer auf lotter.de. Und hier ist Kugel Nummer 6. Und das ist die 2. So, hier sind wie gewohnt unsere 6 Glückskugeln von heute. Was fehlt natürlich zum etwas größeren Glück? Unsere Superzahl. Und die ziehen wir jetzt, ich drücke nochmal die Daumen und sage, Ziehung frei. 23 Millionen im ersten Gewinnraum. Und dann haben wir noch die bundesweite Sonderauslosung im Spiel 77. Ich bin sehr gespannt, wie viele Gewinner es geben wird. Wie gesagt, kann man alles nachlesen dann auf lotto.de. Und unsere Superzahl heute ist die 9. Und dann schauen wir uns alle eben gezogenen Zahlen auf unserem Monitor gemeinsam an. Hier sind die Lottozahlen 6 aus 49. 2, 8, 23, 29, 31, 43. Und die Superzahl ist die 9. Und hier ist die Zahlenreihe der Super 6. 3, 6, 7, 0, 5, 9. Und hier ist die Zahlenreihe aus dem Spiel 77. Und da ist es auch schon wieder weg. Also können Sie alles nachlesen auf lotto.de. Ja, vielen Dank, dass Sie dabei sind bei der Liveziehung der Lottozahlen. Alle Zahlen und Quoten gibt es auf lotto.de. Und wir sehen uns am Samstag pünktlich um 19.25 Uhr. Wieder schönen Abend. Tschüss und auf Wiedersehen.